Ja Freunde, und da sind wir auch schon wieder im Battlefield 4 Multiplayer Modus. Diesmal auf der Karte Wellenbrecher, wieder ein Trägerangriff. Muss ich mal gucken, dass ich diesmal vielleicht ein bisschen mehr reise wie letzte Woche. Aber ich bin guter Dinge, dass wenn wir jetzt da gleich reinkommen, hier erstmal schön zack, beitreten. Und dann kann das losgehen, mein Freund. Und dann schampe ich da gleich mal bei dir raus. Alter, du sollst fliegen, Junge. Schau, dass du fliegst. So, und raus hier. Sehr schön. Und gleich weiter. Ich werde hier mal gucken, ob ich vielleicht irgendwo einen bösen Menschen treffe. Indem ich dann eine Kugel in den Kopf jage. Helikopter? Geht nicht auf, schade. Was? Das ist ja krass hier. War das da hinten jetzt gerade meiner? Äh, jub, 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 jub. Ähm, was machen wir? Was ist das hier? Verloren. Da will ich nicht. Das will ich auch nicht. Das will ich auch nicht. Ja, dann, äh, beitreten. Hallo. So, oh. Wo sind wir denn hier? Ah, okay. Ob die hier auch drin fliegen, die Helikopters? Gas-Tanks explodieren, das stimmt. Was sind denn hier, sag mal? Was sind denn die? Ah, okay. Sehr schön. Oh, 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 oh. So, komm schon. Mann. Hier, das Medikind. Wie komme ich denn da am schlauesten hoch? Ach, kacke. Nein! Scheiß Camper. So, wir versuchen es noch einmal. Gehen wir mal hier drauf. Sehr schön. Sichtkontakt! Feindlicher Helikopter! Westlich deiner Position! Wir haben die Kontrolle über Einsatz von Steve Charlie. So, wow. Was war das denn? Möbeln! So, ui. Hier ist was los. Boah! Äh, bitte? Ja, das war ich, der es abbekommen hat. Ähm. Was haben wir denn sonst so? Nee. Auch nicht wirklich? Den würde ich halt, äh, den Little Bird würde ich halt gerne fliegen. Ist der eigentlich gerade irgendwo unterwegs? Nee? Dann warte ich mal kurz. Kann ich ja mal schnell ein Schlückchen trinken. Mhm. Sehr fein. Super, da haben anscheinend schon andere drauf gewartet. Ein Satzziel kommt. Möbeln, der Polizei. So, komm, fliege, fliege, fliege. Oh, der ist. So, wo bist du eigentlich hin? Zieh doch deinen Fallschirm. Hallo. Mann. Kannst du auf der Taste rumhimmeln, wie du möchtest. Hey. Genarf. So, haben wir hier vielleicht noch irgendwo ein schönes, großes Boot? Ja, nicht so, wa? Dann warten wir mal kurz. Müsst du nämlich auch mal Boot fahren? So, unser Hubschrauber, der schraubt da rum. Da ist noch ein Hubschrauber. So. Dann fahren wir mal eine Runde. So, ich weiß zwar nicht, wo ich genau hinfahren soll. Aber ich fahr einfach mal. Achtung, Achtung, Achtung. Einsatzstil Charlie ist jetzt unter unserer Kontrolle. Deutlich von dir scheinen feindlicher E-Mir-Schütze zu sein. Das ist unser aktuelles Einsatzziel. Das ist schön. Ich werde mir Mühe geben, dass ich da hinkomme. Wir werden beschossen. Ach, das steht da einfach rum? Das habe ich jetzt gerade echt nicht gesehen. Oder ist das da gerade gespawnt? Kann natürlich auch sein. Der schwimmt. Bitte? Oh, hallo. Schon wieder der. Na komm. Lass mich rein. Wo bin ich jetzt? Ah, ich hau mal eine Flacke. Das ist cool. Na, da waren zu viele. Ich möchte gar nicht wissen. Ach, Jemini. Ja, wir reißen anscheinend noch nicht so viel. Alter. Da ist ein feindliches Boot. Nördlich von dir. Nein, was war denn jetzt? So, wo ist er denn? Schauen wir mal. Hinten war schon mal einer. Wir haben Einsatzziel Echo erobert. Und was hupt hier? 48, 76. Wir schauen gar nicht so gut aus momentan. Würde ich mal steif und fest behaupten. Ich habe Sichtkontakt zu den feindlichen Scharfschützen. Züglich der aktuellen Stellung. Ui. So, ist sonst noch jemand ohne? Gehen wir mal nach oben. Ach, genau, der zweite. Was war jetzt? Irgendwas hat die Lied gemacht. Beitreten. So, was denn, wenn ich den Knopf da drücke? Passiert ja schon wieder irgendwas. So, dann passiert was. Der Feind hat ein Einsatzziel eiferscharf gemacht. Einsatzziel Foxtrot wurde gerade neutralisiert. So, wo ist er hin? Ah, nein. Einsatzziel Foxtrot wurde erobert. Oh, ist er tot oder was? Na, dann los. Ja, super. Dieser explodiert. So, dann gehen wir mal rüber zu dem Delta-Punkt. Schade. Wow. Hatte ich nicht von hinten einen Angriff? Nein. Bisschen strecken gerade. So, mal gucken. Oh, die sind bei uns hier auf dem Schiffchen. Was will ich denn hier? Hier will ich doch gar nicht her. Ich muss da irgendwie reinkommen. Oh, unser Boot schaut gar nicht mehr gut aus, Freunde. Wo komme ich denn da rein? Wahrscheinlich da. Lauf, lauf, lauf. Leck mich doch. Wo ist denn unsere Lufthoheit? Und unsere Luftabwehr? Gibt's nicht, oder? So, hallo. Wo muss ich denn hin? Das ist ja alles zu. Ach, hier. Na, super. Ja, das war's mal wieder. Und, äh, ich würde sagen, nächste Woche machen wir wieder mal einen anderen Modus. Der macht irgendwie auch nicht so wirklich Spaß. Ah, naja. So, jetzt lassen wir hier erstmal die... Ach, ich wollte schon sagen, ein bisschen was müssten wir doch abgegriffen haben. Und wenn's so ein ganz kleines bisschen ist. So. Nur gut, also, Freunde. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut und tschüssi. Tschüssi.